Die Augustiner Straße. Ein Ort, der bekannt ist zum Flanieren. Die Straße ist rund 270 Meter lang, was bestimmt nicht die längste Straße ist, aber eine der bedeutsamsten. Vor langer Zeit war die Augustiner Straße die wichtigste Mainzer Geschäftsstraße. Die ziegelroten Balken des Haus des Aschaffenberg am Kirchgarten erzählen eine lange Geschichte. Im 15. Jahrhundert erbaut, mehrmals restauriert, zieht es viele Spaziergänger in seinen Bann. Schafft man dann doch mal seinen Blick abzuwenden, fällt dem ein oder anderen den ach so verstanderten Baumstumpf auf. Ob es sich hierbei um ein Überbleibsel eines Kirchgartens im Kirchgarten handelt? Nein, denn der Name entstand aus der Quelle Kirchborn. Man vermutet, dass hier einst eine Eichel stand. Die Denkmalzone ist heute bekannt für ihre Geschäfte, Boutiquen, Cafés, Pubs sowie Restaurants. Und natürlich, was in Mainz nicht fehlen darf, die vielen Weinstuben. Ein ganz besonderer Blickfang ist die Augustiner Kirche. Hier ließ sich im 13. Jahrhundert der Augustiner Orden nieder. Doch die Augustiner Kirche, wie wir sie heute kennen, ist erst im 18. Jahrhundert erbaut worden. Im Bombenhagel des 2. Weltkrieges lag vieles in Trümmern. Die Augustiner Kirche jedoch nicht. Heute strahlt sie mehr denn je. Was viele über die Augustiner Straße nicht wissen, in dem heutigen verkehrsberuhigten Bereich der Innenstadt fuhr einst eine Straßenbahn entlang. Manch einer mag sich vielleicht noch daran erinnern. Die Augustiner Straße war und bleibt eine der bedeutsamsten Straßen in Mainz. Ohne die ginge wohl viel an Glanz in der Stadt verloren. ab 180 2 2 1 Untertitelung des ZDF, 2020